Zwei, Zwei, Eins Ich weiß nicht mal wie der König heißt Hä? Ist das jetzt zu? Ja, das scheiß Bomben Oh, ich hab ihn auch irgendwie getötet Irgendwie Au Au Ah, endlich Endlich nehmen wir wieder Äh, die Zone ein Oh Au Tocken, ne so? Das Messer sieht eigentlich ganz schick aus Habe ich ihn mitten getötet? Wie? Da habe ich jetzt nur noch drei Kuss Hm Das hat jetzt mal ganz gut geklappt Wow Super Super Ja doch, so scheint es zu funktionieren Mittlere Distanz Schwingen Und wenn der Feind nicht aufpasst Zustechen Oh War der nicht blau? War der nicht blau? Oder war der rot mit blauem Blut? Ach, keine Ahnung So So Würdest du dich diese Runde einfach hochladen Weil die scheint doch besser zu laufen jetzt Warte ich habe jetzt eigentlich den Dreh raus Hä? Ja 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 so viele leute an einer stelle also jetzt scheint es gut zu laufen da ist der bogenschütze ich glaube ich bleibe beim sperr ja 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 Oi! Da war rot? Oben rechts stand das gerade. Ach so? Okay Na ja. Jawohl! Ich habe langsam den Dreh raus, glaube ich. Entschuldigung, rede ich zu wenig. Ich bin zu sehr konzentriert. Was ist das? Oh. Oh. Okay, gut zu wissen. Ich hoffe, es ist euch nicht zu langweilig zuzuschauen. Jetzt war ich hier wieder zurück. Ah, okay. Warte mal, die halb ich mal. Oh, okay. was niederlage wie das denn nach oben rechts stehen die tickets okay ich finde das weiß ist eine sehr gute und ich glaube die schneide ich am ende der vorregende rein da wo es nicht nur so gut lief ja ich hoffe das war ein bisschen besser für euch für wen auch immer schaut ja keiner bis zum nächsten mal und ja bewertungen nicht vergessen durch meine kommentare wenn ihr wollt und ciao